Hallo, ich bin Konrad Rennert, der Geschäftsführer der Blue Pages GmbH. Mit diesem Video möchte ich Ihr Interesse an einem Einführungsseminar wecken. In diesem Vortrag geht es um innovative Lösungen zur gezielten Bereitstellung von Informationen auf der Basis der am weitesten verbreiteten Lernplattform. Informationen hängen mit Lernen zusammen. Das heißt, Informationen sind eine Untermenge des Lernens, aber Lernen ist eben mehr als das Abspeichern von Informationen. Zum Lernen gehören die gedankliche Verarbeitung der Informationen durch Verknüpfung mit Bekanntem und auch das Erkennen von Regelmäßigkeiten. Informationen gehören also zum Lernen, wie die Luft zum Atmen. Aber die Informationen, die wir heute benötigen, können wir nicht alle selbst permanent im Kopf speichern. Wir können sie aber jederzeit wieder abrufen. Und mit Moodle, da ist eine Lernumgebung vorhanden, die natürlich auch sich auf Informationsbereitstellung beschränken kann. Und man kann sie also auch so einstellen, dass schwerpunktmäßig eben nur gezielte Information bereitgestellt wird für genau definierte Personengruppen. Genau darauf kommt es in Zukunft immer mehr an. Vielleicht sollte ich den Begriff Moodle noch kurz schildern. Wie kommt der zusammen? Das Akronym steht für Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, Modulare Objektorientierte Dynamische Lernumgebung. Und das ist eben der Begriff für die weltweit am weitesten verbreitete Lernplattform. Diese Lernplattform ermöglicht uns auf einfache Weise, dass wir genau auf die Informationen zugreifen können, die wir als Mitglied einer bestimmten Personengruppe brauchen. Wir, das heißt die Blue Pages GmbH, liefert das benötigte Know-how. Und wir bieten Firmen und Organisationen zum Einstieg in das Thema ein Halbtagsseminar vor Ort an. Solche Halbtagsseminare sind immer noch am nachhaltigsten. Da kommen persönliche Gespräche zustande. Und das Besondere daran ist, dass wenn Sie entsprechende internettaugliche Endgeräte haben, dann kann man die Fragen direkt am realen Fallbeispiel beantworten. Dazu melden wir uns dann an. Und wir sehen uns an, wie so ein Beispiel aussieht. Sie sind zunächst einfacher Nutzer. Und wir überlegen uns, was müssen die können, damit sie die Informationen abrufen können. Aber das ist natürlich ein paar Minuten erzählt. Und das können Sie dann auch ohne große Anleitung. Was für Sie dann von Interesse ist, wie können Sie selbst Informationen oder Lerneinheiten bereitstellen und Ihren Mitarbeitern, Ihren Kollegen die Informationen eben verfügbar machen. Das ist ein wichtiger Punkt. Der wird vielleicht eine Stunde in Anspruch nehmen. Dann werden wir uns damit beschäftigen, was muss derjenige können, der für Ihr Unternehmen, Ihre Organisation das Ganze verwaltet. Der Begriff Administrator, der wird im Zusammenhang mit Moodle auch häufig mit dem Hausmeister verwendet. Hausmeister hört sich natürlich nicht so toll an. Facility Manager ist ein anderer Begriff dafür. Und der vergibt die Schlüssel. Das ist auch in der Schule so. Wer da neuer Lehrer ist, der bekommt in der Regel vom Hausmeister den Schlüssel, weil der hat die Schlüsselgewalt über alle Räume. So ähnlich kann man sich das dann auch vorstellen. Jeder, der dort Informationen bereitstellen will oder abrufen will, der braucht eben Zugangsschlüssel für genau die Dinge, die er machen darf oder machen kann. Der Administrator ist also dafür die richtige Person. Die braucht dann schon ein bisschen länger, um sich komplett mit der Plattform auszukennen. Da kann man dann als nächstes die Frage stellen, wer kommt für den technischen Support und das Hosting in Frage. Der Administrator hat nur wenig Aufwand, wenn er die Schlüssel verteilen muss, die Zugangsberechtigung für seine Kollegen oder neue zulassen muss, neue Schüler oder neue Teilnehmer. Aber die technischen Dinge, die kann man eben auslagern auf Rechenzentren, auf spezialisierte Hoster. Und darüber werden wir dann natürlich auch sprechen in dem Halbtagsseminar. Und weil das Ganze natürlich dann auch mit Kosten verbunden ist oder mit Kostenabschätzungen, da werden wir natürlich dieses Thema auch ansprechen. Wenn Sie mehr zu dieser Thematik wissen möchten, vielleicht auch noch mehr wissen möchten, bevor Sie da so ein Halbtagsseminar buchen, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail oder rufen Sie mich an. Ich bin häufig auch telefonisch erreichbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.